Schau nicht mit ihm im Spiegel an. Schau dich selber an. Suchen sie den Klimt? Ich wäre froh, wenn ihr die Gesichter so sehen könnt wie du. Ich würde ja auch gerne mal bei Ihnen Modell stehen. Den Blick bitte auf mich richten. Ja, so. Eine Phrase für den richtigen Aufheben. Die hat mir für dich aufgekommen. Und Herr Egon Schiele, zur Vorladung für das Bezirksgericht. Das ist Pornografie. Ich bin Künstler. Ich habe die Verantwortung, die Freiheit der Kunst zu verteidigen. Zwitscher Leerchen. Genau wieder. Arbeiten wir schon. Ich muss jeden Tag zeichnen, sonst vergehe ich und das war's dann. Du hast jetzt jemanden festhalten, der dich verlassen wird. Egon! Ich brauche dich für das Bild. Ich brauche dich für das Bild. Ich brauche dich für das Bild. Ich brauche dich für das Bild.